Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen News Video. Schaut auf jeden Fall unten in der Playlist rein, da findet ihr auf jeden Fall eine separate Playlist zu den ganzen News, halt auch noch die anderen Playlists etc. Also schaut da gerne sonst rein, wenn ihr Interesse habt und ja, das ist genau euer Feedback da. So, jetzt kommen wir zu den neuen Charaktermenü Klasse und Jobs, außerdem das neue Charaktermenü über die Antriebuten und weitere kleine Änderungen am UI. Das überarbeite Charaktermenü, was Klasse und Jobs angeht, von Stormblood. Auf Reddit wurde nun ein Screenshot des Charaktermenüs, wo die Klasse und Jobs aufgelistet werden, aus FireFancy14 gepostet. Auch dieses Menü erhält mit der Erweiterung Stormblood eine N-Veränderung. Erstens, es findet eine Trennung der Rollen statt, vorher wurde Kampfklassen sowie Handwerker und Sammler in ein Fenster angezeigt. Jetzt werden diese in separaten Menüs dargestellt. Es werden nur noch Jobs angezeigt, keine Klassen mehr. Sie werden in dementsprechenden Rollen eingeteilt. Oben bei den Reitern, Attributen, Profil, Klassen, Schicks, Shops und Ansehen fällt auch, dass der Reiter Widerstände verschwunden ist. Dann außerdem das neue Charaktermenü, Attribute. Das Attributemenü sieht mit Stormblood ebenfalls anders aus, aber seht selbst. Auch von überarbeiteten Attributenmenü gibt es auf Reddit einen Screenshot. Hier kann man folgendes erkennen. Erstens, das Attribut Präzision wurde bei Angriff entfernt. Zweitens, das Attribut Parade wurde bei Abwehr entfernt. Bei Angriff wurde das Attribut Direct Hit Rate hinzugefügt. Nur bei DPS-Jobs die Rollen-Attribute wurde hinzugefügt. Das Attribute Tunnel-Systity löst Parade ab, wurde zu den Rollen-Attributen hinzugefügt. Und sechstens, Prämmlichkeit zählt nun zu den Rollen-Attributen. Also ihr seht auf jeden Fall, alle haben so gesehen ihre eigenen Rollen-Attributen, wie ihr hier unten erkennen könnt. Hier haben wir dann so gesehen alle eine separate. Außerdem seht ihr hier auch keine Präzi mehr. Hier haben wir Crit, Beschlossenheit, nun das neue Direct Hit Rate. Dann unser Hattake Power, spricht es unseres Haupt-Attributs. Dann außerdem Skillspeed. Dann eben halt unser Item Level. Das ist alles soweit geblieben. Das ist eben halt die Elementarresistenz jeweils der Rasse etc. Dann haben wir hier die Defensive von Physischen und Magischen. Dann haben wir hier die Potency. Also Sprich für Attacke, Heilen und Spell Speed. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall, dass wir auch unser Artefakt-Gier haben und die Waffe. Und mit der eben halt auch Schmuck und so weiteres haben wir dann eben halt ein Item Level von 290. Okay, hört sich interessant an. Dann gucken wir uns das mal hier an. Mit den weiteren kleinen Änderungen am UI. Es gibt weitere kleine Änderungen am UI von Final Fantasy 14 mit dem Erscheinen von Starblatt. Am User Interface von Final Fantasy 14 werden mit Starblatt weitere kleine Änderungen erscheinen. Die Schadensanzeige haben sich geändert. Hier seht ihr den normalen Schaden. Den direkten Schaden. Den Critical Hit. Den direkten Schaden. Das kennen wir ja schon vom Crit her. Und jetzt gibt es ein weiteres. Das nennt sich Direct Critical Hit. Also ein direkter, kritischer Hit. Ja, das sind sogar die ganzen Moves von Ninia. Eieiei, Bahawa, Zakra. Geil. Ja, und dann haben wir hier den Cast eines Gegners. Sieht man nun auch in der Gegnerliste. Also hier zum Beispiel, da würde er was aktivieren. Das finde ich auf jeden Fall auch gut. Da kann man halt sehen, was er denn einsetzen will. Da kann man den vielleicht auch dann, keine Ahnung, betäumen oder silencen etc. Das ist an sich auf jeden Fall auch sehr praktisch. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen hier. Und ja, falls ihr selber nochmal nachschauen wollt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die drei Verlinkungen zu Final Fantasy Dojo. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ja, ich bin mal gespannt. Oder wir sind dann mal gespannt, was noch weitere Sachen noch kommen werden. Bis zum Starblatt. Ich sage auf jeden Fall an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.